Esch Der sollte eigentlich schon längst im Bett sein Aber er hat ein kleines Problem Und zwar Das Problem heißt Zeig mal Na, kann man gut sehen Der Zahn ist lose Ist er so lose, dass er raus kann? Ja Die Oben, die 19 Die raus sind Die stoßen eine ganze Zeit gegen So kann ich nicht schlafen Dann müssen wir den wohl jetzt raus operieren Guck mal her Ah, das kann Guck mal her Ja, so ist das ganz gut Geh mal weiter in den Spiegel ran Noch weiter Ich verblutet So, jetzt kann man das gut sehen Ich verblute Na, so ein Quatsch Das blutet nur ganz bisschen Gucken wir mal in den Spiegel Und wie sieht's aus? Kommt er? Er ist auf jeden Fall ziemlich lose Ja, da hat er eben noch gelegen Bis er aufgesprungen ist und gesagt hat Mein Zahn, mein Zahn Und was macht er? Ja Wir hatten das beim letzten Mal gemacht Ein bisschen gedreht, ne? Jaja, du musst den hin und her bewegen So eine Schraube rausdrehen Brauchst einen Schraubenzieher? Die letzten Sekunden vom Schneidezahn Die letzten Sekunden vom Schneidezahn Aber meinst du, du kriegst das hin? Und das ist wie... Ah, Hunger Warte, warte, zeig mal Und? Und er ist am Seichenschaden Und wir wollen hier live dabei sein Wie der Zahn kommt Und, da ist er Zeig her Zahnlücke Warte doch mal, warte doch mal Da ist die Zahnlücke Ich muss nicht richtig beleuchten, ne? Ne, nimm mal das Plattier weg, Moischen So, zeig her die Zahnlücke Da ist sie, und wo ist der Zahn? Wo ist der Zahn, der Zahn, der Zahn Da ist er Okay Ein Zahn weniger Oh, hei siehst du aus Super Ey, jetzt muss ich die Blute was noch Ach Moischen, das wäre nicht so gut, wenn du das Zahn... Nimm mal nicht das Papier, bitte Lass es bitte Ja, einfach so, Mund zu Das verläuft sich dann Kannst du auch spülen gehen, ne? Okay Das war jetzt mal ganz kurz hier live aus dem Bett, hätte ich fast gesagt live aus der Zahnarztpraxis live aus der Zahnarztpraxis Wie Esch, den nächsten Zahn... Wie viele Zähne sind eigentlich jetzt schon raus? Fünf Fünf Stück schon, okay Da, wollen wir mal gucken, ob die Zahnvieh noch wieder was bringen, ne? Aber Mama könnte irgendwo so eine nächste Zahn nehmen Sag mal kurz tschüss hier Bis zum nächsten Mal, tschüss! Tschüss, tschüss! Zahnarzt Zahnarzt Vielen Dank.